ka wegen die BD ich die ich Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Joker Laphics und die Sohn ist sie ja wir sind jetzt sie haben schon gut ins Gräblin ja vorangekommen wurde beziehungsweise noch die Wälder in keine Ahnung es ist nicht gut du bleibst mal hier das mal hier runter und das mit der Mine gefällt mir nicht. Okay. Oh je. Schnell. Nein. Das war zu früh gesprungen. Autsch. Dreck. Na gut. Noch ein Versuch. So. Jetzt wieder dasselbe Spiel. Und wieder hopp. So, aber diesmal wird's klappen. Hihi. So. Gut gelaufen. Na runter eben. So. Ah ja. Hinde. Hinde. Oh, komm her, hier. Hi. Ah, da schlägt ja einer. Ah ja. Da ist noch einer. Halt auf. Hehehe. So, haben wir hier rechts noch mehr? Nö, hier geht's nicht weiter. Gut. Dann zieht der noch an dem Hebel. Dann ist auch die Mine weg. Oh, dann können wir mit dem Elom weiter. Hopp. Warte, hopp. So, ich würd mal sagen, Elom, du bleibst mal kurz hier und wartest. Ja, noch mal eine gute Idee. Ach, hey. Ah, ich verstehe. Die Mine bleibt immer an den Stellen stehen, wo wir stehen können. Oh, okay. Hallo. Hallo. Uiuiui. Nicht? Falsch? Hallo. 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 Hm? Hm? Ah, okay. So, was ist hier hinten? Oh. Noch nichts für uns. Hallo. So, wo kamen wir jetzt raus? Ah, ja. Das war eigentlich nicht der Ort, wo ich hinwollte. Ah, da müssen wir eben nochmal hier lang. Toll. Also, eigentlich wollte ich, ja, man muss die sprengen, von der rechten Seite aus, alles klar. Wenn ich links das mache, spreng ich mich selber weg. Oh, okay. Damit der Slick hier durch kann, wenn ich ihn bis jetzt genommen habe. Oh, okay. Nichts, da ist die alles. Genau. So. Schön hierbleiben. Tadam. Ah, okay. Noch einen. hat sich erledigt so, jetzt können wir mit dem Elum darüber gut an muss eine ganz schöne Strecke zurücklegen um zu dem Tempel zu kommen hopp ok hier müssen wir das Elum jetzt endgültig zurücklassen und gehen als Ape weiter hm ok ich höre schon wieder Slugs ach ey also man muss der Mine ausweichen und dabei sich noch das Lied merken das ist nicht gerade einfach ok ok gut, war richtig so, jetzt muss ich das gleich aktivieren die Mine wegmachen so hopp nicht nach Mensch dabei so ok Slugs links können wir ignorieren folgen uns nicht hierher Scrabania Brutstätten der Scraps und Versuchsgelände der antiken Moodekons trotze den tödlichen Fallen von Scrabania und weiche den bösartigen Scraps aus um deine Bestimmung im Herzen des Tempels zu entdecken ok recht ist der Eingang aber da wartet auch ein Slug das heißt wir müssen ganz schnell die Vögel die da kreisen aktivieren hier zu dem Loch rennen damit wir auf der anderen Seite vom Slug wieder rauskommen heheh heh so oh no dummer Köter gut damit haben wir den Tempel der Scraps erreicht und die Prüfungen bei denen sind es sind ein paar mehr als bei den Paramites ohje ah wusste ich's doch hier gab's noch ein paar Moodekons zu retten sofern ich's hinkriege oh Gott ich verstehe wie das hier läuft ich bin jetzt hier rechts im Schatten drin ich muss erstmal die Mine da entschärfen dann kann ich den Slug in den Sitz nehmen 1 2 1 2 2 Ah ok der hat nur 2 Sekunden So, jetzt muss ich da rechts wieder rauf. So, dann habe ich dich. Alles klar, ich muss jetzt nochmal testen, was wo... Oh nein, oh nein! Nein! Ach, verfluchte Kacke! Ich habe es versaut. Shit! Mal sehen, ob ich es nochmal hinkriege. Ja, geil! Nö, er bleibt weg, ich müsste auch nochmal drauf gehen. Gut, versuchen wir es. Nicht ganz einfach. Der Slick muss in die Mitte platziert werden und dann immer nach links und rechts schießen. Abwechselt. Einmal versuche ich es noch. Natürlich müssen wir jetzt auch wieder die Mine entschärfen. Ah. Oh, das war knapp jetzt. Oh, scheiße, ich bin zu früh geschwungen. Nein, wer hat das mitgekriegt? Fuck, egal. Scheiße, was auf die Nude kommt. Ich hätte jetzt nicht stundenlang damit Zeit verbringen. Ja, ich kann den Beinen versuchen. Oh, oh. Okay. Blöden Slicks. Nein, 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 nein. Oh, ich muss echt auf diese blöden Slicks aufpassen. Okay. Puh, jetzt kann ich da mit Rennen drüber springen. Woher ging's nicht? Oh, ihr Schweine. Puh. Man. Wie gesagt, in Rupture Farms hatte ich da noch genug Mudocons, um das gute Ende zu sehen. Aber wirklich alle. Dazu fehlt mir jetzt die Geduld. Okay, ich habe wieder ein Zeichen. Scraps sind scharf auf ihr Territorium. Das einzige, das sie mehr leben, als dahinschleichende Mudocons, als Imbiss zu sich zu nehmen. Hä? Ja, ist egal. Als Imbiss zu sich zu nehmen ist, sich gegenseitig eins auf die Mütze zu hauen. Ja. Also, Satzzeichen könntet ihr schon einbauen. Ordentliche. Wenn du einen siehst, hau ab. Wenn du zwei siehst, genieß die Show. Hä? Hä? Unsere Tempel sind dunkel geworden, seit das Mago-Kartel die Mudocon verslaft hat. Also dasselbe wie bei den Paramites, die Fackeln entzünden. Hä? 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 Ich bin mit AlexXX. So, dann fangen wir mal mit der ersten an. So. Was haben wir hier? Steine. Zwei Stück, okay? Shit. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da rüber käme. Ne, ich glaub nicht. Doch, muss ich. Na, herrlich. Na, herrlich. Gut. Was? Der hat mich noch erreicht. What the fuck? Oh. Gut. Memo an mich selbst nicht so lange rumstehen beim Schalter. Oh. Okay. Okay. Jetzt schnell weg. Ne, eh. So, das Glockenlied müssen wir unten wahrscheinlich. Ah, ja. Hier haben wir die Mine. Oh. Hier bin ich froh, dass wir uns das nicht merken müssen. Das macht der schon. So. Hier weiter. Oh, na, herrlich. Boah. Also, das war knapp. Ziemlich beknackter Scrap-Raum, aber egal. So. Glöckchen spielen. Okay. Puh, erstes Gebiet der Scraps brennt. Next. Oh je. Das ist blöd. Das ist blöd. So, jetzt schnell wieder auf. Boah. So. Die sind nämlich ziemlich aggressiv, die Viecher. So. Und jetzt hier rein. Oh. Oh. Irgendwann schon gleich das Glöckchenlied. Und. Aber wenn ich jetzt wüsste, wie die Scraps hier ticken. Okay, so war das jetzt eigentlich nicht geplant. Los, lauf rüber. Ich hätte noch einen Stein, aber der bringt bei Scraps nix. So. Okay. Den Hebel noch nicht ziehen, erst den hier oben. Was gibt es hier oben eigentlich? Oh, da komme ich nicht rauf. So, jetzt muss ich wieder warten, bis der Scraps hier links rein rennt. Dann den Hebel ziehen und wieder nach rechts rennen. Aber dieses Loch schießt mal. Für die Fackel. Okay. Okay. Oh, los. Uh-huh. Jetzt weiß ich nicht, ob ich im Stehen in dieses Loch rein muss, um nach oben zu kommen. Aber, ja. Wie aus geht es ja nicht. Drecksviecher. Zu spät, Scraps. Uh. Okay. Tada. Tada. Hihi. Boah. Die Viecher sind blöd. Gut. Dann würde ich sagen, zwei Räume haben wir schon weg, dass ich an der Stelle hier das nächste Mal weitermache. Und vielleicht schaffen wir auch schon den Spießrutenlauf dann mit den Scraps. Müssen wir sehen. Also, tada. Ta-da. Tadah. Da. 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 Da.